Egal auf welcher Straße man hier in der Umgebung von Little Rock fährt, hier sieht es überall so aus. Rechtsbäume, Linksbäume, das Terrain ist hier ganz, ganz schlecht, war jetzt in Hot Springs, weil da Zellen gekommen sind aus dem Südwesten, aber ich muss zurück zur Autobahn und sie von der Autobahn chasen. So wird das nichts. Ja, jetzt haben wir Freitagnachmittag, Stau in Little Rock, ich muss da jetzt kurz Richtung Fort Smith, naja. Ja, schon interessant, die ganze Zeit keine Chance, jetzt ist es finster und jetzt kommt direkt eine rotierende Zelle. Ja, die eine Line ist vorbei, die Tornado-Warnung ist jetzt auch wieder aufgehoben, obwohl die Sirene jetzt noch gelaufen ist. Ja, aber hier sieht man es, eine Zelle nach der anderen in Ketten kommen sie hier und ziehen hier alle Richtung Nord-Nord-Ost. Ja, alles fokussiert sich jetzt da auf die Little Rock Area. Ja, alles fokussiert sich jetzt da auf die Little Rock Area.